Hallo, während ich heute meine Leinwand vorbereite und grundiere, erzähle ich euch, was ich heute vorhabe. Inspiriert hat mich die Künstlerin Etel Adnan. Sie ist eine libanesisch US-amerikanische Schriftstellerin und Malerin, 1925 in Beirut geboren und 2021 in Paris gestorben. Ihre Bilder, überwiegend Landschaftsbilder, sind wundervoll leuchtende, sehr abstrahierte Landschaftseindrücke, die mich bewegen. Damit ihr versteht, wovon ich spreche, schaut doch einfach mal das Video an, welches ich euch hier verlinke. Bitte klickt auf das i oder schaut in die Videobeschreibung. Hier seht ihr, wie ich meine Leinwand mit einer Grundierung vorbereite. Meistens eine leuchtende Farbe zwischen Orange und Gelb. Diese schimmert teilweise nachher bei der Bearbeitung durch. In diesem Video habe ich ein Bild erstellt mit Ölfarben. Das werdet ihr gleich sehen. Und ein zweites mit Acrylfarben. Also beides ist möglich. Auf diese Grundierung aus Acrylfarbe kann ich problemlos mit Ölfarbe malen, sobald sie trocken ist. Anders herum geht es nicht. Ich kann nicht auf eine Ölgrundierung mit Acrylfarbe malen. Das haftet nicht. Ja, hier seht ihr meine kleinen Skizzen, die ich gemacht habe und Fotos, entweder selbst gemachte Fotos oder auch aus dem Internet. Ich habe die Formen abstrahiert und eine ganz einfache Landschaft skizziert. Einfach mit Linien, die die Fläche in den Segmente einteilt. Diese sind vielleicht noch besser geeignet sind noch etwas einfacher. Also wenn das Format sehr klein ist, nehmt nicht so viele Segmente und probiert einfach mal auf einem Papier aus, was am besten aussehen könnte. Dieses übertrage ich dann mit Bleistift auf meine getrocknete Oberfläche. Für mein erstes Ölbild habe ich hier einfach ein altes Ölbild nochmal freigewischt, was mir nicht gefallen hat und mit dem Bleistift eine andere Skizze darauf übertragen. Nun fülle ich praktisch die Felder mit der Ölfarbe aus. Das Schöne bei der Ölfarbe ist, ich kann sie verdünnen mit Malmittel oder mit etwas Terpentin und ich kann wunderbare Verläufe erzielen und Übergänge. Ist es nicht herrlich, dass es diese leuchtenden Farben gibt? Hier seht ihr, dass ich in die noch feuchte Farbe ohne weiteres eine andere Farbe hinein mischen kann. Also praktisch nass. In nass die Farbe auf dem Untergrund noch mischen. Und die Farben auch aneinander angleichen kann. Das Übermalen ist allerdings schwieriger als bei der Acrylmalerei. Dazu müsste die erste Ölfarbschicht ziemlich gut trocknen. Aber ich male ja hier à la prima, also alles in einer Sitzung. Wenn ihr den Film über Etel Adnan gesehen habt, bzw. ihre Bilder im Film, dann habt ihr auch festgestellt, dass sie sehr wenige reduzierte Flächen auf ihrem Bild hat. Und dass es auch auf die Wirkung, das Spiel der Farben miteinander ankommt. Hier seht ihr, wenn ich mit einer Farbe nicht zufrieden bin, kann ich sie auch abwischen mit einem Tuch. Sie ist ja noch feucht, aber es ist dann schwierig, sie komplett abzuwischen. Und ein bisschen mischt sich der Rest der Farbe mit dem neuen Farbauftrag, was in diesem Fall überhaupt nicht schlimm ist. Und das ist ja noch ein bisschen wie ein bisschen wie ein bisschen wie ein bisschen. Auch hier unten links trage ich einfach auf die feuchte Fläche noch etwas von dem hellen Blau auf und das mischt sich zu einem gebrochenen Grün, was ich, so finde ich, ganz gut ins Bild passt. So, damit wäre mein Bild fast schon fertig und ich bin ganz zufrieden. Die Ölfarbe trocknet jetzt einige Zeit, das muss oxidieren und verharzen, so dass die Farbe dann fest wird und dann könnte man sie noch vernissen, was ich allerdings meist nicht tue. Ich habe noch ein weiteres Bild in Ölfarbe gemalt, das zeige ich euch jetzt. Das ist etwas transparenter gehalten, das heißt, der Untergrund schaut hier noch etwas mehr durch die dünn aufgetragene Ölfarbe hindurch. Und ihr seht auch wieder, es sind sehr einfache Formen. Doch, ich habe euch versprochen, ich zeige euch auch noch eine Umsetzung mit Acrylfarbe und das seht ihr jetzt. Oh, ich habe euch jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis dahin! ... ... ... ... ... ... ... ... ...